Das haben wir uns eindeutig verdient. Ich würde sagen... Der Feind hat... Auch nochmal ein. ...auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation-Fest. Das Schiff befindet sich zur Zeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plafons. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal... Oh, ich habe eine Sniper. Geil. Hab die geliebt, Alter. Die ist richtig geil. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz abspielen, um er entdeckt zu werden. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Ich schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung. Sie werden möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Macht sie fertig. Ich bin runtergefallen. Sehr gut. Oh, nein. Na? Na gut, werdet das, na? Auf eigene Militin. Das war's. Hey, wir haben's geschafft. Wir sind direkt hinter Ihnen, Team. Naja. Oh nein. 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 Oh. 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 Oh.